Einen jungen Spieler der Niederlande haben wir jetzt bei uns hier auf der Bühne. Pim, willkommen zu dieser WDF Eurocup hier in Austria. Natürlich, ich frage alle hier, wie war es in Darts und wann war es? Ich begann seit 10 Jahren. Mein Vater spielte viele Darts und ich ging mit ihm in einem Pub, um Darts zu spielen. Das ist wie ich angefangen habe. Und wie wurde du besser geworden? War es auch dein Vater zu sagen, oder war es auch in einem Club oder so? Ich spielte viele Tournamenten, das ist wie ich besser geworden bin. Ich spielte auch gegen bessere Spieler als ich. So wurde ich ein besser Spieler geworden. Und natürlich in den Niederlanden gibt es viele gute junge Spieler. Also konnte man viel lernen von ihnen lernen. Ja, ich denke, es sind viele gute Spieler. Und ich denke, wir pushen uns zu einem höheren Level. Und natürlich, es gibt viele, die sich über die PTC überlegen. Ich denke, 15, 16 Tourkart holders an der Moment. Und natürlich, wenn ich jemanden aus den Niederlanden habe, ich muss mich fragen, was deine Targets in Darts für die Zukunft sind? Ist es das, um zu kommen, wo viele andere Ideen aus den Niederlanden sind? Ich denke, mein erstes Ziel ist, dass ich besser geworden bin, als ich bereits bin. Und hoffentlich in der Zukunft kann ich meine Tourkart und spielen gegen die Besten der Welt. Aber in der Momenten sage ich nur einen Schritt nach einem Schritt. Und das ist nicht der erste Ziel, dass du in den nächsten Jahrzehnten willst, in den nächsten zwei Jahren oder so? Nein. Nun, ich stehene ich Currently mit Darts. Und mein erstes Ziel ist, dass ich Darts-Darts-Darts reide. Und mein zweites Ziel ist, dass ich besser bin und spielen gegen die Besten. Und wann hat dort begonnen? Ich bin gerade im Europacup. Ich kam in Hungary. Und in meinem ersten Spiel der Tournament gewinnt. Ich habe Darts-Darts-Darts-Darts. Und jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Ich war ein bisschen schneller als ein Jahr vorhin, aber trotzdem habe ich manchmal Probleme mit Dottitis. Aber ja, es wird wirklich besser geworden. Was hast du versucht, um Dottitis zu verändern? Ich habe viel Hilfe von Leuten, von Coaches, von jemanden. Ja, ich habe viel Hilfe. Aber da war ein Mann, der mich sehr hilft. Er war ein Coacher, der mehr Leute mit Dartitis hat. Und jetzt habe ich endlich meinen Dart besser als ich konnte. Okay, good luck, dass du wirklich alles hinter dir kannst. Und also good luck for this tournament and for the future. And thank you for your time.